David Yu erhält eine Auszeichnung als Master Entrepreneur of the Year in Neuseeland. Unter anderem schauen wir uns auf jeden Fall die Jobdetails für den bevorstehenden Avatar Collectible Job an. Unter anderem schauen wir uns auf jeden Fall weitere Comic-Jobs an und wir schauen uns auf jeden Fall auch noch den kommenden The Marvels Collectible Job an. Das und sehr viel mehr im nächsten Video. Willkommen an Bord, ich bin es dein Captain, dein Vivi OG mit den wichtigsten Vivi News, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest. Deswegen unbedingt den Kanal hier abonnieren, um auf jeden Fall keine weiteren Videos und Infos zu Vivi und Omi zu verpassen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Und starten tun wir an dieser Stelle mit einem wirklich unfassbaren Announcement rein, denn David Yu wurde zum Master Entrepreneur of the Year in Neuseeland gekürt. Und das ist tatsächlich ein Award, den man gar nicht mal so kleinreden sollte. Denn dieser Award wird nicht nur in einer Branche verlieren, sondern allgemein. Das heißt, David Yu musste nicht nur gegen Leute aus anderen Firmen antreten, die zum Beispiel auch im NFT Space, sondern insgesamt aus Neuseeland. Und das ist meiner Meinung nach schon eine sehr, sehr große Leistung. Die zeigt, dass auf jeden Fall hinter Vivi und auch hinter David Yu enorm viel Power steckt. Außerdem wird, denke ich mal, diese Organisation, die hier diesen Award verliehen hat, auch dahinter Research betrieben haben, wer denn David Yu eigentlich ist, was er denn aufgebaut hat in den letzten Jahren. Wie auch Vivi selbstverständlich finanziell wahrscheinlich dastehen wird und noch vieles, vieles mehr. Und das ist meiner Meinung nach, wie gesagt, auf jeden Fall ein dickes, dickes Lob. Auf jeden Fall, denn David hat er sich auf jeden Fall verdient. Und auch schon im letzten Jahr wurde ja Vivi zu mehr oder weniger einer neuen Kategorie sogar hinzugefügt und hat diese auch dann dort gewonnen. Und zwar nämlich Extraordinary Growth. Das heißt, überdurchschnittliches Wachstum im Prinzip, was sie hier geleistet haben. Und ja, da haben sie tatsächlich auch gewonnen. Jetzt will man natürlich wissen, okay, was war denn das eigentlich hier für eine Organisation, die das Ganze hier gemacht hat. Das Ganze war A und dieses Programm wurde 1998 ins Leben gerufen, um auch Business Awards in Neuseeland zu verteilen. Und das Ganze, wie gesagt, ist schon ganz schön alt und hat dementsprechend auch eine gewisse Relevanz, meiner Meinung nach jedenfalls. Es ist definitiv ein sehr positives Zeichen, meiner Meinung nach, wenn David hier so einen Award bekommt. Denn wie gesagt, die Firma dahinter wird auch ihre Hausaufgaben gemacht haben und definitiv geprüft haben, wer David denn eigentlich ist und wie es halt natürlich auch um die Firma steht. Denn so ein Award verteilt man nicht einfach mal so aus Jux und Tollerei. Deswegen bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, was für Awards Vivi auch noch in den nächsten Jahren bekommen wird. Oder auch David Yu bzw. Dan Crothers. Ja, schreibt mir auf jeden Fall gerne eure Meinung zu diesem Thema gerne unten in die Kommentare. Und nun kommen wir zu einem weiteren sehr coolen Announcement und zwar nämlich dem bevorstehenden Avatar Collectible Job auf Vivi am 19. November um 17 Uhr deutscher Zeit. Und hier sehen wir insgesamt drei Collectibles und die würde ich sagen, schauen wir uns jetzt ganz genau mal an. Ich hatte es in meinem letzten Video auch schon gezeigt, das wurde leider, ja, geshadowbanned. Nichtsdestotrotz schauen wir uns auf jeden Fall hier das nochmal ganz genau an. Wir sehen ja das erste Collectible animiert mit Sound Jakes Benji. Das Ganze ist eine Rare, das Ganze auch mit einem Listenpreis pro Collectible von 35 Gems. Und wir haben hier eine Editionzahl von 1800 Stück und natürlich auch eine First Appearance. Als nächstes haben wir dann hier, ja, einen weiteren und zwar nämlich eine Ultra Rare. Das Ganze wird auch einen Listenpreis von 35 Gems haben und eine Editionzahl aber von 1200 Stück und selbstverständlich auch eine First Appearance. Als nächstes haben wir dann noch eine Seagood Rare und das Ganze wird ja nur eine Editionauflage von 700 Stück haben. Ja, ist an dieser Stelle natürlich ziemlich wenig bzw. insgesamt vom Supply tatsächlich relativ viel. Ich persönlich werde den Drop definitiv skippen. Ich finde ihn extrem cool, aber ich denke einfach, dass es unter den Droppreis gehen wird. Und dementsprechend ich mir hier einfach die Gems sparen möchte für den Dezember. Denn ich denke, im Dezember wird nochmal einiges an fetten Drops kommen. Schauen wir uns den nächsten Comic an und das ist Avengers Inplugged aus dem Jahre 1995. Hashtag 5 und das Ganze sehen wir hier am Montag, dem 20. November um 17. deutscher Zeit mit insgesamt wie immer 5 Covern. Und das Ganze natürlich auch wieder mit exklusiven Rare wie auch Ultra Covert. Mir persönlich gefällt hier auf jeden Fall die Ultra extrem gut. Und hier haben wir eine Editionzahl von nur 6000 Stück und einen Listenpreis von 7 Gems. Natürlich wie immer. Das ist hier mit der First Appearance auf Monika Rambeo. Ich kann es leider nicht genau aussprechen, sollte aber richtig sein. Und ich würde sagen, wir schauen uns da nochmal die Go-Collect-Daten dazu an. Das ganze Comic hier bei einer 9.8 gerade mal bei 70 Dollar. Also wir sprechen jetzt hier von absolut gar keinem Great Comic. Für mich persönlich deswegen definitiv ein Skip an dieser Stelle. Und es gibt noch einen weiteren Comic Drop, den wir sehen werden. Und zwar nämlich Avenging Spider-Man Hashtag 9 aus dem Jahre 2011. Und das Ganze wird am 22. November, das heißt nächste Woche Mittwoch um 17. deutscher Zeit droppen. Und hier sehen wir auf jeden Fall natürlich wie immer auch 5 Cover mit exklusiven Rare wie auch Ultra Covern. Mir persönlich hier auch die Ultra gefällt mir gut. Gut, ansonsten haben wir hier eine Editionzahl von 5000 Stück, nur aber einen Listenpreis von 20 Gems. Und da muss ich euch ehrlich gestehen, ich kann hier den Preis wirklich nicht wirklich nachvollziehen. Wir schauen uns auch gleich nochmal die Daten auf Go-Collect an. Auch wenn wir hier die First Appearance of Corolla Danvers haben als Captain America. Ja, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob es mir hier die 20 Gems wert sind. Ich denke auch, dass es hier unter Droppreis gehen wird. Denn wenn man sich hier die Go-Collect-Daten anschaut, ja haben wir zwar hier First Appearance of Corolla Danvers als Captain America. Aber ja, 9.8100 Grades, 690 Sales und einen Listenpreis von 150 Dollar. Weiß ich nicht. Für mich persönlich an dieser Stelle definitiv ein Skip. Ich kann hier auch wirklich den Preis von Vivi absolut nicht nachvollziehen. Und als nächstes schauen wir uns auf jeden Fall noch The Marvels an. Denn momentan ist ja auch ein weiterer Film herausgekommen zu The Marvels. Und dementsprechend sehen wir natürlich hier auch einen Drop auf Vivi. Das Ganze wird nächste Woche Samstag um 17.00 Uhr in deutscher Zeit droppen. Und hier sehen wir jetzt auf jeden Fall eine sehr interessante Entwicklung von den Collectibles. Für mich persönlich kann ich schon mal voraussagen, für mich ist das Ganze definitiv nichts. Wer aber hier diese sechs Collectibles bis zum 2. Dezember 2023 hält, der kann sich dann hier noch etwas craften. Und zwar nämlich ein Goose the Flurken. Schauen wir uns auch gleich nochmal an. Insgesamt wie gesagt 6 Collectibles, Listpreis 13 Gems, Editionzahl 1250 Stück hier für die Rare. Natürlich auch eine First Appearance und sind auch Interactive. Ansonsten haben wir das nächste, auch eine Rare. Selbe Editionzahl, ja hat sich jetzt in der Stelle nichts geändert zum vorherigen. Hier auch dasselbe. Und ja, das zieht sich hier durch bis zu diesem Collectible. Hier haben wir eine Ultra Rare. Das Ganze wird eine Editionzahl von 850 Stück haben. Und dann haben wir hier noch ein weiteres Collectible, auch Editionzahl 850 Stück. Und als letztes haben wir hier noch eine weitere Ultra Rare, auch mit Editionzahl von 850 Stück. Und dieses Collectible kann man dann hier craften, wenn man alle sechs Collectibles hat. Das Ganze wird auch Interactive sein. Die Collectibles werden an dieser Stelle nicht geburned. Es ist im Prinzip wieder ein Purchase to Craft. Das heißt, man muss alle sechs haben, um dann hier das siebte zu holen. Im Prinzip, ja, wie so ein Key für das siebte Collectible dann. Für mich persönlich aber definitiv nichts, was ich mitnehmen werde. Einfach weil für mich diese Collectibles einfach nicht schön aussehen. Und ich damit einfach überhaupt nichts anfangen kann. Schreib du mir aber auf jeden Fall sehr gerne deine Meinung zu diesen Collectibles unten in die Kommentare. Und ja, ich habe gehofft, dass wir nicht nochmal hier auf diesen Chart in den nächsten Tagen zurückkommen müssen. Aber ich finde es wichtig, das auf jeden Fall mit euch zu teilen. Schauen wir uns den Omikurs nochmal an. Der Omikurs hat sich hier in den letzten Tagen auch nochmal weiter runter bewegt. Wir sind jetzt hier wirklich sehr, sehr, sehr nah dran gewesen an dem letzten Low. Was mir persönlich, ja, schon ein bisschen Sorge macht, sage ich euch ganz ehrlich. Weil es natürlich dann schneller auch mal weiter nach unten gehen kann, wenn hier sehr viel mehr Verkaufsdruck herrscht. Wir haben uns jetzt erstmal gefangen. Erstmal hier mit einer Candle in diesen Bereichen unten nochmal rein. Haben jetzt auch erstmal rausreagiert. Da wird es auf jeden Fall spannend, wie weit wir hier weiter rausreagieren. Sollten wir uns hier wieder über diese Zone retten, wo eine relativ hohe Resistance auch in der Vergangenheit war, dann sehe ich da erstmal auf jeden Fall Entwarnung, dass wir hier weiter abrutschen. Sollte das nicht passieren in den nächsten Tagen bzw. in den nächsten Wochen, dann sehe ich tatsächlich eher schwarz. Außer er sollte sich hier nochmal in eine Range bewegen bzw. in eine Seitwärtsphase bewegen. Dann könnte das auch erstmal stabil sein. Aber wenn wir das hier nicht hoch schaffen oder hier uns jedenfalls seitwärts bewegen, sehe ich da momentan ehrlich gesagt definitiv noch weiter tiefere Preise. Wohin es da gehen kann, kann ich euch natürlich auch nicht sagen. Das ist einfach nur meine Vermutung, was den momentanen Kursverlauf angeht. Und ansonsten war es das an dieser Stelle auch schon wieder mit dem gesamten Video. Wenn dir da draußen das gesamte Video gefallen hat, gib dem Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall riesig bei dir da draußen fürs Zusehen und wünsche dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend und ein schönes Wochenende. Und bis dann, der Käpt'n. Ciao, ciao.